Sie sind normalerweise im normalen Leben, was Herr Schröder sagte, Dezernent für Gedöns, also Sport, Kultur, Jugend, Schule. In Zeiten von Corona sind Sie als einer der vier Dezernenten einmal alle vier Tage Leiter des Krisenstabes. Was macht der Krisenstab? Sich morgens hinsetzen, Kaffee trinken und eine neue Allgemeinverfügung raushauen oder etwas strukturierter rangeht? Also wir haben insgesamt korrekt drei Krisenstabsleitungen. Das ist einmal der Mertens, die Frau Deppe und ich. Und wir treffen uns jeden Morgen um 8 Uhr, hören dann, wie ist die aktuelle Lage, also wie viele Erkrankte haben wir, wie viele Genesene haben wir und welche Maßnahmen müssen zum Beispiel getroffen werden. Also es war, als ich in den ersten 14 Tagen Krisenstabsleiter war, da war es schon sehr extrem, weil da wurden ja alle Entscheidungen getroffen, bezogen auf Schule, bezogen auf Kitas. Und da mussten dann innerhalb der Verwaltung die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Das ist im Prinzip so die Aufgabe, im Krisenstab zu koordinieren, was muss in der Verwaltung getan werden, um dann eine bestimmte Situation zu lösen. Ich sage zum Beispiel Kinderbetreuung, als wir in den ersten 14 Tagen waren, da musste dann eben festgelegt werden, dass die Kitas letztlich nur noch die systemrelevanten, die Kinder von systemrelevanten Mitarbeitern aufnehmen und, 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 und. Also das ist so die Aufgabe, Koordination. Eine Verwaltung, in der Verwaltung kann man sagen, der Oberbürgermeister leitet im Prinzip weiter die Stadtverwaltung und ist auch für die Außendarstellung notwendig und muss das alles nach außen tragen. Und wir im Krisenstab legen quasi alles, was im Zusammenhang mit der Krise steht, in dem Fall Corona. 14 Tage waren Sie Leiter, jetzt nicht mehr. Waren Sie überfordert oder wollten Sie, die anderen sollen auch mal arbeiten? Nein, wir haben gesagt, am Anfang war es mit 14 Tagen so, waren halt die Themen, die auch mein Dezernat betrafen. Und wir hatten das so festgelegt, 14 Tage, und dann hat mich ja der Herr Merkens abgelöst. Und Sie müssen natürlich schon sehen, es ist eine extreme Belastung, wenn man da wirklich voll unter Strom steht. Die Situation hat sich natürlich durch den, ich sag's mal, Shutdown deutlich entspannt. Das heißt, die Grundregelungen wurden alle getroffen und danach ging es auch darum, zu rufen, in die Feinheiten zu gehen. Und dann gab es ja auch die Rechtsverordnung, wir haben am Anfang Allgemeinverfügung erlassen, Allgemeinverfügung erlassen die Städte und Rechtsverordnungen kommen vom Land. Und da haben wir dann auch schon bestimmte Regelungen getroffen. Und dann geht es immer wieder darum, Fragen zur Beantwortung und wieder neue Regelungen zu treffen. Warum sind jetzt nur drei Dezernenten, die sich das teilen? Und der vierte, der Gesundheitsdezernent, der vielleicht auch was mit Corona zu tun hat, darf nicht mitspielen? Der spielt ganz gewaltig mit, der Herr Lünenbach, weil er nämlich den gesamten Gesundheitsbereich verantwortet und damit Bindeglied ist. Und der muss auch in seinem Bereich die entsprechenden Regelungen treffen. Also das ganze Thema Abschichtzentren, das ganze Thema ärztliche Versorgung, das geht alles über Herrn Lünenbach. Es geht nichts an Herrn Lünenbach vorbei. Und auch der gesamte Bereich ärztliche Gesundheitsamt, ärztliche Versorgung geht über Herrn Lünenbach. Also von daher wäre es sicherlich eine extreme zusätzliche Belastung, wenn er auch noch Krisenstabsleiter wäre. Und dann müsste er mit sich selber sprechen. Von daher war es an der Stelle schon ganz vernünftig, das in dieser Form so zu lösen. Und er hat schon eine extrem hohe Belastung in seinem Bereich, weil es eben auch eine Gesundheitskrise ist. Sie sagen, Sie treffen sich physikalisch hier im Rathaus oder Sie treffen sich per Telefonkonferenz, Videokonferenz? Wir treffen uns im Rathaus, also tatsächlich persönlich und es werden auch Personen zugeschaltet. Also sind nicht immer alle anwesend. Der Krisenstab besteht aus Feuerwehr, der besteht aus Polizei, der besteht aus Gesundheitsamt. Und diversen anderen Personen, die halt hinzugezogen wurden. Zum Beispiel, erste 14 Tage Krise wurden Mitarbeiter des Jugendamtes hinzugezogen, weil es da entsprechende Regeln hat. Und Mitarbeiter des Fachbereichs Schulen wurden hinzugezogen. Das heißt, um da auch die direkte Kommunikation zu haben. Wir werden sicherlich auch im weiteren Zuge gucken, dass wir die technischen Möglichkeiten noch schaffen, zusätzlich schaffen, die jetzt so schon da sind, dass man über Zoom oder über FaceTime natürlich auch noch miteinander kommuniziert. Also der Verwaltungsvorstand findet nur noch über FaceTime bzw. über Zoom statt. Das gibt keine persönlichen Treffen mehr. Für die, die nicht wissen, was Zoom ist, das ist eine Videokonferenz. Wenn Sie sagen, Sie treffen sich jeden Morgen um 8, montags bis freitags oder montags bis sonntags? Durchgehend. Montags bis sonntags. Und dann wieder montags. Gut, vielen Dank. Gerne.